Das ist der kranke Scheiß, wir werden verfolgen wie Frankenstein Sie jagen uns in Feuer, sie wollen uns jetzt reinheißen Doch das wird nicht geschehen, denn wir werden euch jetzt entspießen Oh, hey, es ist zu spät, denn wir verfolgen jetzt euch, die Dämonen Sie holen euch und werden euch jämmerliche Kreaturen vernichten Bis auf das letzte Tropfen, Blut und Fleisch haben wir Opfer zerrissen Denn wir sind, was wir sind, Kreaturen aus der Hölle Und das nimmt uns jetzt keiner weg, was in uns steckt Denn du weißt, wenn ein Mensch heute regt, dann machen es wir Dann sind wir wieder da, wir präsentieren die Hölle Das ist doch klar, wunderbar, denn es wird heiß Wo wir auftauchen, gibt es nur Innereien Auch im Gehirn überall verteilt Halt die Fresse, denn wir wenden es zu geil Denn wir machen weiter, bis die Erde nicht mehr von Menschen bevölkert ist Halt die Fresse, mal hast du was zufällig, denke nicht Denn das ist jetzt unser Reich Wenn Luzepa von der Hölle aufsteigt Von seinem Thron, der König der Dämonen Er wird sich jetzt eure Seele holen Oh, yeah 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 Mensch, wenn Den beschwert ich nicht Über meinen Style, über meine Rhymes Über meinen Freestyle, der so geil ist, dass er bleibt Dass er bleibt in deinem Herzen, in deiner Seele Du kannst dich dem nicht verwehren Denn wenn ich dich begehe Dann begehe ich dich nicht lieber von hinten Nein, ich komme von vorne Du wirst das nicht überwinden Ich werde dich mit Binden ausbluten lassen Ja, du bist nur einer von den nicht zu guten Zutaten Nein, du hast nichts in deinem Blutbad zu baden Nein, du hast nur was nicht so Gutes wie ich am Starten Ich habe einen Hatz Und kann es nicht erwarten, in dir ranzustecken Und du wirst daran verrecken Denn er ist 20 Meter lang Ja, selbst alles ist nicht die Krönung Ja, das ist, ist, ist die Verwöhnung Ja, das hier ist die Krönung Ja, das wird dich nicht krönen Sondern entmachten, enthaupten Und vielleicht bin ich der im Krankenhaus Denn ich bin der Arzt im weißen Kittel Und ich spiel jetzt mit dir mal Dr. Faktenstein, bitte Dann wie wär's, wenn ich dir den Arsch und den Schwanz amputier Und dann zack, verkehrt rum Wieder anmontier Wär doch interessant, wenn du dann siehst Wie's ist, wenn man vorne scheißt und hinten pisst Peace War doch nur Spaß Aber nur als Gewalt Zum Mann Gewalt Zum Mann Zum Mann Zum Mann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020